Zu unseren VIP-News. Es ist eine Sensation. So etwas sieht man sehr, sehr selten. Eine ganz neue Videomessage vom Fürst des Terrors Osama Bin Laden ist jetzt bei YouTube gesichtet worden. Unter dem Username Loli Taliban 158 kursiert der neuste Clip des seltsamen Saudis im Netz. Hallo, salut, ich bin ein Haiduk.